Gleis Rhein Einfahrt RD 5 nach Kassel Hauptbahnhof über B3 Abfahrt 22 Uhr 49. Vorsicht bei der Einfahrt. So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Baden-Video. Bitte geht da auf die Facebook-Gruppe, wissen Sie bitte Freunde. Abonniert den Kanal und lässt ihn weiter da. Gestern noch der Kanis nach Köttingen, heute nur hauptsächlich in Kassel. Da oben ist schon mal. Der ICE nach Leipzig hatte Verspätung. Der ICE nach Leipzig hatte Verspätung. Der ICE nach Leipzig hatte nochmal um den Kassel über B3. Das war der Kanal über B7. Dann ist ihr echte nach Leipzig. � Kassel auf B6. steigen wir leider aus als einen Schrauben und die Schrauben Bis zum nächsten Video.